ja willkommen zu diesem kleinen video ja der grund weshalb ich jetzt hier so ein video mache ist der grund da gdg also goodlike gaming schließt wurde heute bekannt gegeben aus den gründen da ist einfach in derzeit viel zu viel stress in der komödie gab und weil der server allgemein auch nicht mal so gut gelaufen gelaufen ist und weil crazy einfach keine zeit und viel stress hat und er hat die community eigentlich gegründet um dass wir als user ein zuhause haben und nicht unbedingt seine richtige community das ist der grund warum crazy die community gegründet hat und das ist einfach nicht mehr so wie er geplant hat daher schließt der community und somit halt auch das ende von den cbrp server und meine zeit dort als teamglied und alles andere was ich dort bin daher gebe ich euch bescheid die motivation von sehr vielen usern auch teamglied und community manager waren total weg zum schule hat auch heute noch heute früh ein weiterer community manager sein posten abgegeben und ja da hat wolf dann crazy überlegt dass er die community schließt ja auf jeden fall schließt schließt er die community und ich wünsche euch allen usern welche auf community waren und ihr sehen eine schöne zeit noch und ich hoffe dass ich vielleicht auch ein paar auf anderen zahlen mal wieder sehe und dafür dort auch wieder eine schöne zeit haben werden daher ich hoffe ihr könnt die entscheidung von crazy verstehen und dass ihr trotzdem eine schöne zeit noch habt für die ganzen user von der community auch natürlich an meinen anderen auf den händen zu schauen daher verabschiede ich mich jetzt hier von diesem video und ciao